Guten Tag, mein Name ist Michael Ernst. Ich bin der Geschäftsführer der Firma Ernst Stadion Treppenbau GmbH. Uns gibt das schon seit 1895, damals von meinem Urgroßvater als Dorfschmiede gegründet, hat sich das Unternehmen zu einem mittelständigen Unternehmen entwickelt, mit heute 60 Personen. Wir fertigen heute in der überwiegenden Mehrzahl Treppenkonstruktionen von Einfamilienhaus, Treppen bis hin zu Treppenanlagen in Kaufhäusern und als Fluchtreppenanlagen. Weiterhin können wir Balkonanlagen fertigen, natürlich mit entsprechenden Balkongeländern dazu und wir haben auch schon auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet. Das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan.